Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres FIFA 14 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut FIFA Games to You und heute ist das Match aller Matches, das letzte Match in Diga 8 und vor allen Dingen auch das letzte Match, in dem wir den Titel gewinnen können. Ein Punkt trennt uns vom Titelgewinn und ob wir es schaffen, sehen wir sofort im nächsten Spiel. Tottenham oder Tottham, 63er Chemie, das gefällt mir sehr gut. Und ich glaube mit der Meisterschaft könnte es was werden. 4-4-2, sogar ein Silberner dabei, der hat wohl erst angefangen hier. Aber er drückt weg, das ist schon mal was Gutes. So, Defensiv schön einstellen am Anfang. Kennt ihr ja. Oh je. Ey, das habe ich noch nicht gedrückt, Kollege. Hier, laufen wir ein bisschen. Macht er nicht. Und direkt ab Lame. Jawohl, Gießling, gleich mal Druck aufgebaut, so muss das sein. Super rausgeholt. Sehr schick, sehr schick. Ecke. Lame, tritt dein Bestes. Boah, war aber schön. War aber schön, muss ich sagen. Gut zum Kopfball gekommen. Ah, das war nicht so gut. Aber gleich hier wieder weiter. Hier wird gleich weiter Druck aufgebaut. Lauf, lauf, lauf. Gießling, Gießling, Gießling. Oh, schade, schade. Egal. Bloß nicht ins Spiel kommen lassen. Wir gehen es aus. Ne, wahrscheinlich nicht. So. Sehr gut. Weiter. Komm, Schmelzer, lauf, 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 lauf. Ah, der war scheiße. Da hätten wir lieber auf den Links auf den Hand passen sollen. Das wäre besser gewesen. Der kam da angelaufen. Uh. Ah. Egal. Gut abgeblockt eigentlich. Oh, nein, 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 nein. Komm, 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 lahm, lahm, lahm. Na, aber was hat der gemacht? Kann doch nicht uns umtreten wie hier. Was sind wir hier beim... Keine Ahnung, was macht der da? Komm. Gib mal Gas, Müller, gib mal Gas, Müller. Lass mal Kießling laufen. Uh, 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 Müller, Müller, Müller. Ah, egal. So. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Müssen ja nur einen Unentschieden bringen, letztendlich. In diesem Fall kommt es bringen, sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Ah, 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 das hat er gut gemacht. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Komm, mein Zug ist... Oh, Müller, 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 Müller. Oh, gut, war ganz schön geschossen. Das hat vorgelegt, ey. Das wäre blöd. Verdammte Axt. Aber geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Druck nach vorne muss sein. Druck nach vorne geht noch weiter. Der ist mir zu gut zum Schuss gekommen. Hätten wir da nicht abgefecht, wäre es vielleicht sogar richtig gefährlich geworden. Geht er noch ran? Geht er ran? Ja. Den hat er noch gut gestoppt, muss ich sagen. Gut ab. Schatten schlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall. Naa, ärgerlich. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aber echt. Den Eindruck habe ich auch. Komm, Müller. Den hat er mir gut abgenommen. Dann hat er mir gut abgenommen. Uhuhuhu, Weidenfeller, ey. Glück. Müssen wir wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Der kommt mir zu gut ins Spiel. Gut, weg ist Hausfurt. Ah, den hat er schön reinlaufen lassen. Lauf, lauf, lauf. Hand, 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 hand. Komm, 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 komm. Und Anträgabnahme. Der kam mit Bums, da hat er auf jeden Fall recht hier. Na, 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 na. Lauf doch auch. Mann, Zugitsch. Komm, Kiesling, komm. Was denn? Bist mir ein der 10 von abseits. Ah, Tatsache. Spiel mal ein bisschen offensiver. Ich will endlich das erste Tor haben. Kann nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit ohne Tor spielen. Kann er sich den Ball zurechtlegen. Der kam aber gut, muss ich sagen, hier. So, den dürfen wir auf jeden Fall nicht unterschätzen. Komm, komm, komm. Nein, den hat er uns weggenommen. Der hat den Ball. Komm einfach nicht in eine Schussposition rein. Ärgerlich, ohne Ende. Komm, Müller. Schicken lahm. Normale Flanke. Hm. Was denn? Das war auch kein Abseits. Vielleicht ein bisschen. Gut ist aber, dass wir auf jeden Fall wieder hier Druck aufbauen. Und, und, und. Uh, gut. Eine Ecke rausgeholt. Und schon wieder Eckball. Ja. Großkreuz, so alte Socke, ey. Wie oft du Tore schießt. So gut wie gar nicht. Und jetzt machst du das entscheidende Tor. Perfekt. So muss es sein. Danke dir. Danke dir. Ja, das hätte ich lieber besser geklärt. Äh, ich gesagt. Komm, 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 komm. Großwollz. Ja, jetzt. Egal, hast du gut gemacht. Genau, so, 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 so ist das doch super. Ja, 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 komm. Oh, Mann, zu Kitsch. Komm, lauf, 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 lauf. Na? Jetzt holt sich der Angreifer den Ball zurück. Komm, komm, direkt. Oh, Millimeter. Auf dem Fuß gehabt, Kitschling, Mann. Auf dem Fuß. Ja, aber der starker, starker, schwacher Fuß, den kann man schon mal machen. Welche Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik. Wichtig ist, wie oft man reingeschossen hat, nicht wie oft man drückgeschossen hat. Komm, lahm, lahm, lahm. Gut, gut. Jawoll. Komm. Setz ihn in die Zähne. Setz ihn in die Zähne. Hat er gut gemacht. Also, ich muss sagen, diese ganze Fitness-Sache mit dem zweiten Fitness-Team ist ein super Tipp gewesen. Bin ich sehr begeistert. Immer noch. Ja, da hat er uns schön ausgespielt. Komm, weg mit dem Ball. Weg, weg. Hummels, was machst du denn da? 1 zu 0 zur Pause, knappe Führung, alles noch sehr, sehr wackelig. Manchmal weiß man ja schon zur Halbzeit, wie es am Ende aussehen wird. Sieht gut aus, auch wenn unsere Passgenauigkeit zu wünschen übrig lässt. Komm, Bender. Den ein oder anderen Impuls wünsche ich mir. So was zum Beispiel. Uh, ha, 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 ha. Danke, Müller. Oh, zum Bender, zum Bender. Oh, schade. Das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Was? Zu früh gestartet. Abseits. Jawohl. Oh, ich hab glatt gekriegen den. Oh, Gott, 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 Gott. Neun. Egal. Sagen wir, es ist geklärt worden. Wir setzen mal ein bisschen auf Verteidigung gerade. Und gehen dann, denke ich, so in den letzten paar Minuten noch mal ein bisschen offensiver an die Sache ran. Das Bällchen ist noch heiß. Was denn? Und der Schiedsrichter sagt, das war abseits. Okay, gut. Dann können wir nämlich ein bisschen Verwirrung stiften, möchte ich meinen. Jawohl, Kiesling, du Maschine. Oh, Gott. Was ein Ding. Ja, da hat er recht. Hätte der gesessen, wäre alles gut gewesen. Egal, gibt's halt eine Ecke. Uuuh, Küker. Scheiße, scheiße. Weidenfeller, du Tier, ey. Ich bin froh, dass wir auf Weidenfeller gewechselt sind. Bin echt zufrieden mit dem Kollegen. Und was er für Dinge aber auch hält, ne? Der hält den Kasten sauber hier. Komm weg. Was ein Glück. Von dem war ich eigentlich nicht schlecht hier. Genau, lahm, lahm, lahm. Komm, du bist doch schneller als der. Was hat der da gemacht? Foul! Na, ein Wurf rausgeholt, immerhin. Gut gemacht, wir würden es. Was, was, was? Wie er sich da heldenhaft dagegen geschmissen hat, ey. Gut gemacht, Weidenfeller. Und schon wieder dürfen Sie einen Eckball ausführen. Gucken Sie sich das an, das ist das Eckballverhältnis. Weg mit der Pille. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Hand. Und da ist er tatsächlich zur Stelle. Ja, äh, das müssen wir tatsächlich so betonen. Denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Ja. Spielen mal offensiver. Damit wir wieder ein bisschen mehr Druck machen. Und vielleicht ein bisschen mehr aus dem Konzept bringen können. Komm, Großreuz, lauf, 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 lauf. Ich bring die Flanke rein. Hm, was? Aber es war knapp. Ein Schritt nur. Mehr war es nicht. Haben wir Glück gehabt hier? Zeig es ihm. Okay, okay, rausgeholt. Sehr gut. Jetzt werden fleißig Hände geschüttelt. Die Menschen umarmen sich. Auf den Straßen wird gefeiert. Nur noch ein paar Minuten bis zum Titelgewinn. Schöne Flanke. Oh, Mann, Zuckitsch. Ich hätte es dir gegönnt, Mann. Ich hätte es dir gegönnt. Und mir auch. Schon wieder wurde ein Pass von ihm abgefangen. Sehr gute Flanke. Flanken schlagen ist eine Kunst. Was? Wo war das denn abseits? Der hat doch direkt hinter uns gestanden. Ah, okay. Klasse, mir gefallen. Von mir aus war es abseits. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Da wird er vom Ball getrennt. Großkreuz. Okay. Großkreuz. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das war scheiße. Wie er rausgegangen ist. Super. Super. Weg damit. Komm mal zu Kitsch, komm, jawoll! Machen rein! Na, eke, immerhin! Und rein, e mit! Egal, wir haben Puff geballert, Puff geballert. Komm, 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 den kriegst du noch. Ecke rausgeholt schon wieder. Allein dafür lohnt sich man zukelt schon. Wie das der da für den Druck aufbaut. Holla die Waldfee. Der ist da die ganze Zeit am rumfuhrwerken. Und damit haben wir es geschafft. Die drei Punkte sind eingefahren. Titel geht an uns. Wir steigen in Liga 7 auf. Die dritte Aufstieg in Folge. Vor allen Dingen der dritte Titel in Folge. Besser geht's wohl nicht. Wer hätte das gedacht nach unserem Einstand in der Liga, dass wir dann doch noch so gut abschneiden. Ich hab's nicht erwartet. Aber wir haben uns souverän durchgesetzt jetzt die letzten Spiele. Ich bedanke mich. Und gleich kommt die Schlussbesprechung. Und damit kommen wir zum Ende des 14 Spieltages. Der Kommentar des Tages geht an Furkan Polat und wir haben die Meisterschaft. Danke und ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.